Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, eine gehärtete Klinge anzunehmen bei Klingenkämpfer Inovari in Gnasiata in dieser Position. ForQuest gibt zu ist elementarer Zorn und rettet den Charseer. Dann hat Inovari diese Quest für euch. Dadurch werden auch Weltquests freigeschaltet auf Gnasiata. Ich habe die Quest einmal angenommen und man darf sich nun in dieses Gebiet hier begeben. So, gehen unterwegs. Und nun darf man 15 Naga Truppen töten. Heißt aber nicht, dass man 15 Truppen im Sinne von 15 mal 5 Mobs oder so töten muss, sondern einzelne Mobs. Also 15 einzelne Mobs. Ich fange mal an. So. Und hier seht ihr diese Barriere. Das ist aber keine wirkliche Barriere, zumindest davon wird, selber nicht. Sondern man kann einfach durchlaufen. Also ein Hindernis. Geht ziemlich tot wie ich finde. Solltet ihr Fragen haben oder Anregungen oder sonstiges, aber kein YouTube Account. Vielleicht habt ihr einen Facebook Account. Dann könnt ihr auf meine Facebook Seite vorbeischauen. Link dazu findet ihr im YouTube Kanal Banner. Und dann könnt ihr da auch Kommentare hinterlassen oder Anregungen. Ich bin bei 8 von 15. Ihr dürft auch einen Daumen hoch geben, falls das Video euch hilft. Und oder meinen Kanal abonnieren würde mich sehr freuen. Und motiviert mich weitere Quests aufzunehmen und hochzuladen. Und falls euch diese Ansage nervt, dann tut es mir leid. Aber ich weiß nicht, ob ihr Videos von mir schaut oder wie viele. Vielleicht ist es auch das Erste. Dann ist es ja okay, finde ich. Solltet ihr die Aussage öfter hören. Ja, dann nicht meine Schuld. Das sind auch einige Mobs, die nicht dazu gehören. Komischerweise gehört der Watt zu. Die hier aber nicht. Egal. Einfach alles töten. Ich bin jetzt bei 13 von 15. Ich war nicht ganz bei Verstand. Wie kann ich euch helfen? Gut, das zählt dazu. Und danach fehlt mir noch ein Mob. Dazu. Aber die hier. Ich bin also einmal komplett durch das Gebiet gelaufen. Da. Okay, da ist noch ein Mob gekommen. Jetzt wollte ich mich nicht mehr benötigen. Nun heißt es, kehrt nach Mesamer zurück. Das werde ich machen. Einfach mal hier entlang laufen. Das sieht schon gut aus. Dann diesen Weg hoch. Genau, von hier bin ich gekommen. Also, glaube ich. Sieht aber gut aus. Hier hoch. Gleich sollte ich da sein. So. Die Quest ist dann abzugeben. Bei Klingenkämpfer Innovavi. In der Setup. An dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video hat euch geholfen. Ciao. Ciao. Hallge. Bye. herr. tv